Und das Interessante ist, wenn du dir diese Inseln schaffst, Pause, Freude, ich dance einfach mal wild durch die Wohnung. Ich habe trotzdem alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich hatte nur ein bisschen mehr Spaß auf den Weg dahin. Oh, wie schön. Das ist das Beste. Das ist wunderschön. Genau so. Das wünsche ich mir. Wenn das alle bitte danach sagen, dann bin ich happy. Dann haben wir alles richtig gemacht.